Wie die Agri-Technica zeigt, steht Klaas für deutlich mehr als nur Traktoren und Landtechnik. Mit der zunehmenden Technisierung hat sich natürlich auch der Bereich des Kundenservice verändert. Das bedeutet, wir sprechen heute von Ferndiagnose, von professionellen Prüfständen für Motorentechnik oder Hydraulik. Hier gilt es, nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch die Mitarbeiter unseres Fachhandels, sprich der Klaas Vertriebspartner, stetig immer weiter zu qualifizieren, damit diese professionellen und reaktionsschnellen Service leisten können. Unsere Hightech-Produkte müssen nicht nur gewartet, instand gesetzt oder repariert werden, sondern die Aufgabe des Servicetechnikers ändert sich dahingehend, dass er zunehmend mehr der kompetente Ansprechpartner des Profikunden ist. Das heißt, als Berater auftritt, zum Beispiel für Lohnunternehmer oder im Bereich der Agrargenossenschaften. Genau hier setzt das Berufsbild des Landmaschinenmechanikers mit einer Ausbildung von dreieinhalb Jahren auf. Diese ist ausbaubar bis zum Meister, der dann nicht nur Personalverantwortung hat, sondern sich für den gesamten Kundenstamm einer Werkstatt verantwortlich zeichnet. Vielfach erfahren wir auch aus der Praxis, dass dieser Beruf ergänzt wird mit der Qualifizierung Betriebswirt des Handwerks. Natürlich ist die Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker auch ein ideales Fundament, um ein Studium anzuschließen. Zum Beispiel zum Ingenieur oder Bachelor im Fachbereich. Weiterhin gibt es den Servicetechniker, der die gesamte Bandbreite der Technik bei Klaas beherrschen muss. Selbstverständlich ist er daneben auch für die Kundenakquise zuständig. Auch hier ist die Voraussetzung Mechaniker für Landtechnik. Die Ausbildung dauert in etwa 18 Monate. Gemeinsam mit der IHK hat die Klaas Akademie inzwischen mehr als 100 Servicetechniker ausgebildet. Kurzum, im Bereich der Landtechnik gibt es letztlich viele Möglichkeiten, sich zu profilieren und auch Karriere zu machen. Entscheidend ist, dass man Spaß am Umgang mit Kunden hat, kommunikativ ist und letztlich ein Faible für Landtechnik hat. Weitere Informationen zum Thema bietet die Internetseite starke Typen. Gerne steht das Klaas Team bei Rückfragen zur Verfügung. Landtechnik ist und bleibt spannend. Es lohnt sich.